Let me entertain you Ja, als Initiator des heutigen Abends bin ich daran schuld, dass meine Kolleginnen und Kollegen heute ohne Gage auftreten. Allein im Fulda leben mittlerweile über 120 Nationen. Und wo die alle herkommen. Das ist schon aus Syrien, ist klar. Afghanistan, aus dem Kosovo, Eritrea und ganz krass sogar aus Schwaben. Vorsicht, Herr Woll, Vorsicht! Also, Uli, komm, man hört, es gibt's zu, steh dazu, du bist und bleibst ein Hesse mit Migrationshintergrund. Jawohl, nennen Sie mich noch einmal, Hesse mit Migrationshintergrund. Dann beschlage ich den Ohrspitzen, Bohneneinsauger mit noch besser als 90 Sekunden, ist klar? Seh ich genauso, Uli. Herzlich willkommen zurück nach Herrn Rauschen. Ich hoffe, es konnten sich ein wenig erholen nach diesem anstrengenden ersten Teil. Oder hat sie ihm jetzt mal wieder dabei? Ja, wir steigen gleich mitten hinein in den zweiten Teil dieser Gala. Beim nächsten Künstler, wenn ich den anmoderiere, habe ich immer ein etwas zwiespältiges Gefühl. Weil mit ihm stand ich das allererste Mal öffentlich auf einer Bühne. Das war hier in Fulda, im Jugendrat, Ochsenwiese, 1994. Und ich weiß genau, was Sie jetzt denken. Man ist der alt. So ist das Leben. Ich werde älter, er nur besser. Stefan von Kretter! Kretter von Kretter! Und von der links! Mach uns doch lieber den Uli Schwäber! Wuhu! 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 Vielen Dank.